Dann schicke ich dich höchstpersönlich in die Hölle. Wir sind bereits in der Hölle, ihr Komiker. Und jetzt Maul halten. Entschuldigung, ich bringe dich zu Opa. Hast du schon besoffen? Dieter, die Oma ist tot. Was ist denn da mit Oma? Wirst du schon sehen. Was ist die Vodka? Was ist die Vodka? Was ist die Vodka? Was ist die Vodka? Aspirin. Deutsche Aspirin. Danke. 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 Danke.